Stadtbetterei Klausberger. Mut ist in Lust auf Leben. Ein Klausberger. Wir kennen den Klausberger. Der Klausberger ist unser Arbeitgeber. Der Chef von dem Ganzen. Klausberger ist unser Arbeitgeber. Das macht richtig Spaß. Es gibt in Polen irgendwo so eine Stadt, die heißt Klausberg. Vielleicht hat die Familie da ihren Ursprung her, könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht auch auf Klausberger zurückzuführen. Wer weiß es? Wer weiß es nicht. Stadtbetterei Klausberger. Brot ist Lust aufs Leben. Ja, komm ruhig rein. Gutes Brot. Ein gutes Brot. Am Schmecken. Am Geschmack. Daran, dass ich weiß, wo es herkommt. Aussehen. Wie es sich schon anfühlt, wenn ich es in die Hand nehme. Diese Vollmundigkeit. Und dass ich weiß, dass gescheit eingekauft wird und gescheite Zitaten gekauft werden. Vielleicht schon am Geruch, der Duft und der gewisse Biss. Diese Körner dazwischen. Daran erkennt man ein gutes Brot. Also mein Lieblingsbrot ist Schwarzbrot. Vollkornmeerkorn. Schwarzbrot. Das fluffige, weiche Croissant. Tatsächlich das Klausberger Lammbrot. Vollkornmeerkornbrot. Fein, saftig, super lecker einfach. Und wenn es dann noch hier in Ostholstein gebacken ist, umso besser. Bäckerei Klausberger. Brot ist Lust auf Leben. Ja, es gibt öfter mal lustige Situationen, wo man dann mit den Kunden lacht. Brot ist Lust auf Leben. Ja. Ja, stimmt auch. Also ganz ohne Brot geht gar nicht. Jeder braucht Brot. Die esst Brot. Morgens, mittags und abends. Also ohne Brot, es gehört einfach zum Leben dazu. Das ist tatsächlich ein Brotnahrungsmittel. Ich habe zwei Kinder und ohne geht nicht. Es muss einfach da sein, sag ich mal so. Ohne Brot, schlecht. Ein Leben ohne Brot geht gar nicht. Unser Brot backen die Bäcker in der Box zu machen. Die Bäcker sind cool, auf jeden Fall. Also wer das Brot backt, ihr wollt wahrscheinlich hören, dass es Klausberger macht. Aber es macht nicht nur Klausberger, es macht aus Klausbergers voraus. Die Anja. Oh, ja was soll ich denn alles noch wissen? Ich weiß nicht, wer das Brot ist. Brot, Brot, ja ich nehme an, das ist schon uralt. Das Brot erfunden, das gibt es ja schon von jeher. Hast du eine Idee? Nee, ich habe eine Idee. Brot, Brot, wer könnte Brot erfunden haben? Ägypten, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Also ich habe es nicht erfunden. Es wäre toll, wenn ich das erfunden hätte. Oh Gott, das weiß ich nicht. Ach, das kann ich gar nicht sagen. Wie bitte? Also wer denn? Ich glaube, hat es nicht irgendwie ein Papst oder Pastor oder was weiß ich mitgebracht? Das Brot, meine lieben Freunde, das Brot, das hat der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater von Anja Klausberger erfreut. Und wenn man buddhistisch veranlagt ist, könnte man meinen, diese Wesspe, die da gerade um mein Ohr geflogen ist, das isst er und er hat es bestätigt. Bei uns wird frisch schon noch groß geschrieben. Guten Appetit! Guten Appetit!